Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute ein paar kleine neuen Informationen von Twitter und aus den Tiefen des Internets. Und vorher eine kleine Sache in eigener Sache. Und zwar wisst ihr ja, dass der Loon einen eigenen Clan hat. Den werde ich kurz vor Season 3, deutete ungefähr am 23.24. ein wenig aufräumen, dass wir auch wieder Plätze frei haben, damit ihr wieder reinjoinen könnt. Und wir den Clan wieder aktiv halten, gerade zu Beginn von Season 3. Wer weiß, was an neuen Endgame-Content reinkommt und wie viele Tourer-Runs wir machen werden, wird es auf jeden Fall wieder Platz geben. Ihr seht gerade, 24 Plätze sind quasi schon wieder belegt mit Leuten, die angefragt haben. Ich werde versuchen, da zu wipen. An alle, die im Clan sind, wenn ihr noch nicht auf Mitglied befördert wurdet, dann sorgt dafür, dass ich das mache oder ein Offizier oder ein Mod. Und meldet euch da gerne bei mir, entweder auf Insta, auf Discord oder auch gerne in der Videobeschreibung mit eurem Tag. Dann kann ich euch hier einmal befördern, damit ihr nicht gewiped werdet, kurz bevor Season 3 startet. Eine Sache wollte ich noch mit euch teilen, ganz kurz. Beim Jahreswechsel wurde von Blizzard veröffentlicht, wie viele Monster gekillt wurden, wie viele Batscher gekillt wurden, wie viele Hardcore-Charakter gestorben sind und welche Charakter-Klassen am beliebtesten waren. Monster getötet, Batscher getötet und Hardcore-Player-Tode juckt mich eigentlich null. Aber was mich interessiert, ist die Klasse, die am meisten gespielt wurde. Und das ist tatsächlich der Magier, das war zu erwarten, gerade in Season 3. Und der Necro. Ich denke mal, Necro gerade von Pre-Season und Season 1, da wurde Necro extrem viel gespielt. Und ich glaube, Season 2, The Sorcerer, hätte ich tatsächlich gedacht, wäre eher Magier und Barbar, weil in Season 2 sieht man nur noch Barbaren. Aber, dass ihr es einmal gesehen habt, hatte ich in der letzten Woche gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass da Zahlen veröffentlicht wurden. Fand ich ganz interessant, obwohl ich auf jeden Fall hier nochmal nachschieben. Dann eine Sache, die ich ziemlich interessant finde, ist, dass im März Raytracing für Diablo kommen soll. Ich konnte leider nicht rausfinden, ob das auch für Playstation 5 und Xbox Series X reinkommt oder nur für den PC. Oder vielleicht sogar für Playstation 4, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Das Ganze wird irgendwie mit DLSS gesteuert, deswegen wäre es eher so ein Nvidia-Ding. Ihr wisst da immer mehr als ich, vielleicht könnt ihr mir das einmal unten in die Videobeschreibung reinschreiben, ob das nur für PC ist, das Raytracing, oder ob das auch für die Konsolen reinkommt. Das würde mich sehr interessieren, ob wir da im März auch für die Konsolen ein Update bekommen oder nur für den PC. Und dann haben wir zwei kleine Tweets, einmal von Rod Ferguson und einmal von Adam Fletcher. Die sind sich bewusst, dass wir alle auf Season 3 warten. Genauso wie ich es gesagt habe, diese Woche, beziehungsweise letzte Woche, kamen viele Leute aus dem Urlaub zurück. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass wir vielleicht morgen, übermorgen, vielleicht sogar jetzt, heute schon, wo das Video rauskommt, neue Informationen zu Season 3 bekommen. Einmal natürlich, wann startet die Season, weil es gab ja schon auf der BlizzCon die Vermutung, dass die Season 3 nicht am 23. startet. Sondern am 26. den Freitag, so wie es jetzt in Diablo 3 ja auch ist. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, in Diablo 3 startet am 12. die 30. Season. Wenn ihr da nochmal reinschauen wollt, checkt auf jeden Fall nochmal Diablo 3 ab. Ich könnte mir für Diablo 4 das gleiche vorstellen, dass Dienstag die Season vorbei ist und Freitag die neue Season startet. Wäre für mich tatsächlich auch angenehmer, weil wir von Season 1 auf Season 2 auch extreme Probleme hatten. Wir waren bestimmt zwei Stunden oder so in der Warteschlange, damit das Ganze über die Bühne geht. Es gab auch ein paar Probleme, also da wäre ich sehr d'accord mit, wenn das Ganze um ein paar Tage quasi nach hinten gesetzt wird. Ein neuer Campfire-Shirt wird dann sicherlich auch mit-announced werden. Ich denke mal, das kann nicht mehr lange dauern. Das wird jetzt die nächsten Tage kommen, weil Season 3 ist echt nicht mehr weit hin. Wir haben jetzt schon den 10. wo das Video rauskommt. Das heißt, nichtmals mehr zwei Wochen, bis die Season vorbei ist. Wir sind auch jetzt gerade in einer Phase, wo wir nichts zu tun haben. Klar, es gibt immer noch die Bluternte und auch das Schlachthaus. Aber die Midwinter-Pest ist vorbei. Die Uber-Unique-Doppeldrop-Chance bei Duril ist vorbei. Seit dem 8. schon seit zwei Tagen ist die Uber-Unique-Chance wieder normal. Das heißt, für alle, die da richtig gut zugeschlagen haben, ich hoffe, ihr hattet da richtig gut Glück, die Chance ist jetzt wieder so, wie es vorher war. Wie gesagt, Midwinter-Blight vorbei, also die Midwinter-Pest ist vorbei. Jetzt haben wir nur noch das Schlachthaus und das verschwindet ja auch mit Ende der Season. Also da müssen jetzt ganz, ganz dringend neue Informationen kommen. Ich bin richtig heiß auf die neue Season. Es gab ja schon ganz viele verrückte Ideen, die ich auch hier geteilt habe und die ihr auch schon hattet. Vielleicht sind es wirklich die Rune-Wörter. Wir wissen es nicht. Mehr neue Informationen habe ich aktuell nicht zu Diablo 4. Würde mich wie immer über ein Follow auf den Kanal freuen, über ein Like auf dem Video und sage es zum nächsten Mal, Leute, haut rein.